ok ich bin soweit wieder fit und dann fahren wir mal wieder weiter vorausgesetzt prinzess will weiter bitte bitte prinzess lasst mich doch nicht hängen na so jetzt gut ist hier auch weiter geht es sorry leute ich muss noch mal schnell wieder meinem ausladen geben ok ich bin zentriert weiter geht's oh meine güte nach 937 kilometer ich glaube ich spinne echt das hört er gar nicht mehr heute auf aber naja natürlich machen ich habe mir das ausgesucht jetzt habe ich bitte jetzt fahre ich schön 60 so wie das erlaubt ist weil ich muss mir so ein bisschen zusammenreißen ich kann ja nicht ständig nur strafe zahlen geht ja nicht da könnte ich schon aber warum bringt denn nix ah tankstelle da bin ich mal gespannt was der sprit hier kostet gehe ich gleich mal tanken wenn er hier schön billig ist dann meine richtig schön folgenden kübel also die prinzess besser gesagt ich darf mich so beleidigen sie sich im kübel auch mal an komm jetzt so jetzt die polizei ist auch da ok aha hier müssen lkws tanken also gut wow man ich auch mal das tut mir so so leid das gebe doch gar nicht ist der sprit hier billig das gebe doch nicht 63 cent das ärgert mich jetzt so dermaßen dass ich in polen den kübel vollgemacht habe ich hätte ich dette berücksichtigt menschen naja aus fehlern lernt man das dieses mal hat mich die schule viel geld gekostet schade 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 echt ich kann ja eh nix lesen ich muss denen glauben weil es da hinschreibt見 weil verstehe ich nicht oh, da kommt Grenze schon wieder Leute, ich glaube wir sind jetzt gleich durch Kaliningrad durch ich habe das Gefühl, dass Kaliningrad nicht wirklich größer ist als Moskau echt dieser Wahnsinn jetzt ein paar Kilometer bin ich da gefahren da, Grenze Tatsache, Wahnsinn das ging jetzt aber schnell so, jetzt werde ich hier nochmal gefilzt Moment ach, da muss ich kenne ja, ja, gut ah, da stehen sie schon, hier ei, ei, ei ich hoffe nicht, ärgern die mich nicht ah, okay ich prüfe hier Papiere, bitte warten ja, ja ja, Moment der dauert jetzt ein bisschen bis Prinzess wieder zu sich kommt so, alles in Ordnung gute Warte, danke das hätte ich auch sagen können so, jetzt muss ich hier mal ein bisschen rein so, ich habe jetzt keine Ahnung wo ich bin wo bin ich denn jetzt überhaupt Moment, ich mache mal kurz die Mappe auf aha, jetzt bin ich in äh ich bin jetzt in Litauen naja, wir erfahren das gleich ach ja, da ist jetzt nochmal, genau jetzt bin ich ja aus Russland Russ und jetzt muss ich rein in ich glaube, Litauen ne ach, ja, gleich geht's los ach, ich muss langsam mal fahren ja, ja, ist gut weil die brummen mir gleich so eine Strafe auf das glaubst du nicht jetzt wollte ich mal schauen, ob ich da irgendwo wegkomme ich komme da nirgends rein vorbei, ne ne, ich komme da auch nicht vorbei, Mensch ah, Mann, 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 Mann was mache ich denn jetzt? naja, muss ich durch ich hilft dir nichts ich wollte so ein bisschen da können wir Demi machen ja ach, Prinzis na komm jetzt Prinzis okay, so dann machen wir mal Kontrolle, ne ja, das dauert jetzt wieder was dauert mir so lang, Mensch ich hab nicht den ganzen Tag Zeit hier Brotzeit um Picknick zu machen, Mensch ich muss fahren ich bin Brummifahrer hier so, okay wo bin ich? was ist denn das hier? in Kontrollhäuschen Lietuvos ja, Litauen Respublika Respublika, okay ja, LTE, Litauen ja, LTE, Litauen ich muss mir weiterhelfen, nicht hm, naja ich liebe da total die Leute so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen den auch, Achtung das war jetzt knapp okay, ich reiß mich wieder zusammen so, liebe Leute 767 Kilometer sind das noch bis Ziel und hasse nicht gesehen jetzt muss ich den Cruise Control hier rein hauen Moment, ah ne, brauche ich gar nicht, bin schon Ortschaft wo ich jetzt bin, keine Ahnung aber ich muss ja langsam fahren, hat es geheißen mache ich aber nicht ich gebe wieder weiter Gas Frau, ausgesetzt Prinzess wird mich erlassen wisst ihr was jetzt probiere ich das nochmal und zwar äh, nein, nicht abbrechen ja, genau, Werkstatt wenn ich jetzt sag, äh, ich rufen Harry an, ne, von der Werkstatt so, wohin schleppt er mich dann? da, nach Kalmar, die wollen mich ständig nach Schweden bringen, das ist doch nicht normal warum nach Schweden? gibt es ja keine Werkstatt, oder was? das ist ja ich verstehe das nicht echt so, Moment muss wieder Mausladen geben ähm, sorry Leute ich sehe das nicht so ah, jetzt, okay, gut, weiter geht's und zentrieren, weiter und schoss Skibbing so, jetzt muss ich glatt mal gucken, was der Sprit eigentlich hier kostet achso, Moment ich brauche erst mal, äh, Dingens, ne, Naffi so ja, machen wir so so ist gute Ansicht, glaub ich ne so, was ist jetzt das? Mauten schon wieder, oder was? ne Kaunas, Vilnus aha na gut ach, Prinzies Mann das ist so deprimierend echt, Leute ich sag das euch Klaipeda Kaunas weil ich fahr doch jetzt nicht nach Schweden was soll denn der Schmarrn echt das macht doch keiner bitte von Litauen nach Schweden um sein Auto reparieren zu lassen das ist ja das Schlimme aha aha ich sag das zu euch, Leute urchbar ja ja das geht naja hätte ich vielleicht mir schenken können naja, immer noch 3% ja bin ich mal gespannt, was die mir da abziehen werden aha jetzt kommt hier ne Tanke dann guck ich mal, was hier kostet Sprit in Litauen und die haben das gleiche wie in Kaliningrad, ne? wie in Russland haben die das hier so, praktisch aha, da ist er teuer okay alles klar ich habe verstanden dann wird hier nicht getankt jetzt überlege ich echt ernsthaft dass ich vielleicht ne Filale in Russland aufmache also in Kaliningrad nur macht der Sinn weil der Sprit der da zu billig ist ja nicht teuer und da ich ja Promi-Fahrer bin und auf dem Sprit angewiesen bin, ne? uah ach nein okay, jetzt habe ich da ein bisschen Remi-Demi zu viel gemacht aha ja, auf jeden Fall sehr ärgerlich, Leute ach einkommen oh, 6000 Öcken hat Simone eingefahren schön hast du ja gut gemacht Simone ist auch wieder im Level aufgestiegen ah, Simone ist voll Moment hat sie sich jetzt eigentlich maximiert in ihrer Fähigkeit? ich glaube schon, ne? irgendwie so was dann muss ich gucken dass sie sie noch woanders ein bisschen bestärke naja, geht ja da steht 50 kmh habe ich jetzt nicht verstanden, warum ich pese da mit 84 herum das geht läuft ja, ne? ahhh 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 jetzt wollte ich eigentlich so ein bisschen über die Verkehrsinsel fahren, aber hatte nicht sein sollen ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich hier komm, Prinzies das schaff sie boah, Leute noch fast 800 km das ist ja der Wahnsinn das hört ja nie auf so, 30 ich fahre das schön mit 76 ha 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 so ja, ich tue was ich kann, ne? chiauliau boah, ich kann das gar nicht lesen, ne? aber das läuft ich kann das nicht lesen, Leute was heißt denn das? nein, bitte nicht wieder, Prinzies kommt das Hälse noch aus naja, Leute auf jeden Fall ich habe jetzt 84.000 Röcken beisammen und muss eigentlich schon wieder bald knarzen das gäbe ich doch gar nicht seht ihr mein Bett ist schon wieder halbblau, ne? ach jetzt schauen wir mal also 12 Stunden sollte ich dort sein ja gut, sagen wir mal 13 Stunden, ne? und wie lange habe ich noch Zeit? wie soll ich denn das schaffen? heide witzka habe ich jetzt da so verknödelt die Zeit oh man, 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 man und zu spät komme ich ja auch man oh nein aber Leute, ich komme sowas von zu spät das kippet nicht wo ist denn die Zeit hin? habe ich vielleicht zweimal übernachtet auf dem Parkplatz oh nein, nein, nein das ist gar nicht gut, Leute gar nicht gut oh man, man, man das ist jetzt so ärgerlich, Leute die kommen sowas von zu spät das ist doch nicht normal ich soll ja in 6 Stunden in 5 Stunden und 11 Minuten soll ich dort sein? na, das schaffe ich nicht keine Chance die werden mir so Kohle abziehen ach pui das wird mir gar nicht gefallen echt ja, da hilft nur eins jetzt muss ich Bleifuß machen, ne? ach jetzt muss ich gucken dass ich da irgendwie so durchkomme, ne? so, hat geklappt so, Linda 4200 Ecken hast du super gemacht mach weiter so ja, wie ihr sagt ich kann jetzt eigentlich nur noch einen Bleifuß ich muss jetzt da durch, ne? andere gebe es nicht ja, Krieger aber ich müsste eigentlich schlafen gehen, das ist ja das Schlimme aber wo ist die Zeit hin? das ist doch nicht normal irgendetwas ist da ganz gewaltig schief gelaufen Leute ich hab voll verpennt ach was ist denn da jetzt hier Landesgrenze schon wieder oder was? jetzt echt? Moment, ist logisch nicht doch ja, Wahnsinn so, jetzt bin ich in Lettland nach Latvia glaube ich irgendwie so heißt es und Radar 2500 haben die mir abgezogen ja, sind die noch bei Trost? das gebe es doch gar nicht ich hab doch niemanden überfallen hab doch niemanden ausgeraubt meine Jutta boah, das geht ja gar nicht Leute, ich hab es eilig ich muss da durch ich hab jetzt ja keine Zeit hier irgendwie auf da bremsen tun und hast ja nicht gesehen wenn ich hier auf Softie machen ich muss da durch Mensch wie ist denn das jetzt eigentlich wenn ich sag ich ruf jetzt hier einen Harry an das gibt's ja nicht die wollen mich jetzt nach Helsinki bringen obwohl jetzt wartet mal Moment, Moment, Moment Helsinki Leute das könnte klappen ja, von Pernü nach Tallinn Helsinki und dann bin ich eigentlich schon fast da aber die ziehen wir halt eben 8000 Ecken ab ne oh Leute alles nicht so einfach wisst ihr was ich mach das jetzt oh nein Moment jetzt bin ich da so ein bisschen oder was mach ich jetzt Moment falsch nein 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 falsch bin ich jetzt auch noch abgewogen so da muss ich grünne hier ja okay schön der muss warten hilft nichts also fahren wir weiter alles nicht so einfach aber so ist eben der job des Brummifahrers das gebe ich doch nicht Leute ich weiß nicht soll ich jetzt 8000 Ecken verstreichen lassen dann bin ich ja eigentlich gleich in der Nähe von dort ne Prenzis schafft das nicht so geht das halt nicht ne naja jetzt fahr ich noch ein Stück und dann gucke ich mal wenn jetzt da irgendwie noch mal Unfall kommt oder so dann rufe ich den Harry noch mal an und dann soll er mich holen so mache ich das dann läuft dort auch vielleicht mal so 70 sagt er okay warum also die haben hier ganz schön viele Kreisels mit aufgefallen und dann oh ach das habe ich gemeint seht ihr das leute das geht auf keine kuhhaut mensch schon wieder das gebe doch nicht muss ich mal ein bisschen abkürzung machen ok leute alles klar ich glaube das heißt jetzt abschleppen allerhöchste heißen bahn online für vier prozent schaden die ladung ist schrott ich habe alles wieder kaputt gemacht mensch wird ich jetzt so ärgerlich echte ja der fährt hier raus das ist gut kann ich ja weiterfahren aber der motor läuft noch super echt naja mit ein paar aussätze aber so kann ich nicht klagen aber die 615 kilometer die schaffe ich einfach nicht kriege ich nicht gebacken leute schaut euch mal an ich soll ja in drei stunden acht minuten soll ich dort sein das gebe doch nichts kann mir irgendeiner sagen wieder zu machen sein soll jetzt in meiner situation gar nicht mann 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 ich komme zu spät ich komme demoliert ramponiert ich ich hab den plunder kaputt gemacht eaja ne also diese fuhre hat mir kein glück gebracht beschätzt Ach, Mann! So, 50 kmh, sagt er. Tolle, na? 70, okay. 50. Nein, nicht schon wieder. Und ein Radar. Ah, seht ihr ihn? Da ist sie. Ja. So sieht er aus. Aber ohne Misch. Ich habe genug bezahlt hier. 2.500 Oecken. Mein lieber Scholli. Ah, Moment. Sollte ich auf meiner Spur bleiben? Oh, Mann, Mann, Mann. Ich schaffe ich das. Ich bin jetzt so im Stress, Leute. Ich gucke dir gar nicht. Ja, wie ihr sagt, ich kann jetzt nur eine Position, die heißt Bleibus. Fertig. Da muss ich jetzt durch, ne? Aber Mann, 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 Mann. Prinzess ist voll kaputt. Echt. Die hat ja, glaube ich, 70% Schaden mittlerweile. Oder noch mehr. Tut mir so leid. Echt. Ach, wäre ich doch bloß in Nembash geblieben. Echt, Mann, Mann. Das ist so deprimierend, Leute. Urklar, echt. So, jetzt. Also rein theoretisch, wenn ich jetzt sage, ich lasse mich abschleppen. Was würde mich jetzt dette kosten? Lass sie mich schnell ausrechnen. Ja, jetzt ist es ein bisschen billiger geworden, ne? Ja, komm, schlepp mich ab. Gutes. Das ist so nervig. Echt. Aber zum Glück, ich habe ja gute Mitarbeiter, die machen das Geld in der Rinne. Leute. Coole Sache. Da. Joshua 23.000. Ich glaube, ich bin... Oh. Ne, oder? Bitte nicht. Oh, Mann. Bitte. Nö, nö. Mach ich nösche. So, 34.000. Nö, ist noch gut. Neuwertig. Oh. Ist das teuer. Ne, jetzt... Ich muss das jetzt reduzieren, ne? Äh. Sodala und Sodala. Wenn ich jetzt mache, dann sind das 5.160. Das ist gut. Damit kann ich leben. Mit Prinzess geht es gleich viel besser. Globik. So, jetzt. Motor und Getriebe ist A und O. Der Rest. Der muss halt eben knarzen. Hilft dir nix. Weiter geht jetzt. Wir haben es eilig. Komm, Prinz. Ach, ne. Leute. Ich habe jetzt ein Problem. Ich habe jetzt echt ein gewaltiges Problem. Ich muss jetzt knarzen. Oh, Mann. Musik schnell abkoppeln hier. Und dann gehe ich schnell und penne denen mal ein bisschen auf ein Ding, ne? Wichtig, weil ich mich nicht. Ja, zwar. Globe. Da kann man... Ja, genau. Wo kann man denn hier knarzen? Das gibt es doch nicht, Mensch. Kann man hier nicht schlafen? Das gibt es ja nicht. Man darf hier nicht schlafen. Leute, man darf hier echt nicht knarzen. Ja, warum denn nicht? Was? Döst? Oh, nein. Oh, jetzt habe ich ein bisschen gedöst. Ja, ich habe Scheiße gemacht. Ah. Oh, jetzt komm. Prinz ist Ziel. Ah. Ja. Ich weiß, ja. Boah. Komm, nerv mich bitte nicht. Ich habe dich doch repariert, Mensch. Boah, Leute. Echt, ich kriege einen Rappel hier. So, da lasse ich mir jetzt schon eher eingehen. 201 Kilometer, das ist gut. Dann sind wir endlich angekommen in... Keine Ahnung. Äh, ja, in Finnland, ne? Aber ihr kennen müsst. Oh, nein. Du Honk! Mach auf! So, jetzt her, komm. Das gibt es doch nicht echt. Was ist denn da los? Das ist doch nicht mehr normal! Es tut mir so leid, Leute, dass ihr den ganzen Käse von mir mit angucken müsst. Ja, komm, bitte schlepp mich doch wieder zurück, Mensch. So, Prinz ist, komm, jetzt. Wachtung. Was willst du denn schon wieder haben? So, das Fahrwerk klappt heute, glaube ich, jetzt nicht. Das kaputteste... Warte, hast, ne? 20.000 Öcken. Alter! Was ist denn da los hier schon wieder? Ja, das muss jetzt reichen. 20.000... Das passt mir gar nicht, Leute. Ja. Oh. Jetzt muss ich erst einmal irgendwo zu einem Penplatz, ne? Aber da kannst du nirgends knarzeln. Das ist ja das Problem, Mensch. So, jetzt muss ich mich so ein bisschen hüten. Und aufpassen. Ja, das meine ich. Das war jetzt gemein, ne? Jetzt hoffe ich natürlich, dass es jetzt nicht mehr dösen tut. Das wird jetzt katastrophal. Oh, hallo, Herr Polizei. So. Jetzt muss ich unbedingt knarzen. Hilf dir nicht. Was willst du machen? Da vorne ist ein Hotel, glaube ich, ne? Ja. Nerv mich nicht. Du nervös. Oh, da hinten ist auch eine Tankstelle. Ich glaube, dort kann man normal auch knarzen, ne? So. Boah, nein. Jetzt passiert noch was. Das geht mir doch nicht, Mensch. Ich sehe es doch kommen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was ist denn da passiert? Ach. Leute, ich sage es euch. Die Fahrt, die hat es in sich. Echt. Zum Glück immer noch 4% Schaden, damit Musik leben können. So, aber jetzt, auf geht's zur Tanke. Jetzt wird hier erstmal geschlafen. Ja, wo kann man jetzt hier pennen? Leute, ich bin Bummifahrer. Ich muss pennen. Ja, ich will es. Ich glaube, ich spinne. Hier bin ich doch nicht, oder? Die wollen mich jetzt doch echt ernsthaft fertig machen. Hier, Mama. Ja, da gibt es solche Tage in meinem Leben, wo nichts klappt. Seht ihr, bitte? So, aber jetzt, ich komme. Ich koppel jetzt erstmal ab, weil ich habe keinen Bock mehr. So, jetzt döster. So, und jetzt komme ich auch gar nicht mehr raus. Ihr seht ihr das? Boah, das ist so langweilig, Mensch. Komm, 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 jetzt schaffst du es. Francis. Ön. Na, was ist jetzt? Okay. Boah, Leute, ich glaube, das wird nichts mit dem Auftrag. Echt. Ich will hier meine Nerven noch. Harry, wo bist du, Mensch? Ja, ruhe mich bitte ab. Oh, das ist so deprimierend. So, Wartung. Was machen wir jetzt? Ja, mach doch alles durch. Dann haben wir das auch geschafft, Mensch. So, na also. So, jetzt habe ich nur noch 86.000, das gebe ich nicht. Äh, ja, einmal mittelachsig zentrieren, bitte. Und los geht's. Was? Ja, ja. So, das nächste Mal, wenn ich jetzt zur Tankstelle fahre, dann klatsche ich denen den Anhänger auf die Straße hin und dann fahre ich einfach so rein. Echt, die haben mich jetzt ordentlich abgeledert hier. Ich sag's euch, Leute. Musik aufpassen, ein bisschen langsam fahren, weil gleich müsste ich dösen, glaube ich, ne? Oder? Döste jetzt nicht gleich. Ja, vorhin hat er doch so ein bisschen gedöst, ne? Ah. So, jetzt aber schnelle, bitte, ja? Ja, das habe ich gemeint, Leute. Da ja, knarrt's, der Arme. Hallo, wo bin ich jetzt? Hä? Ja, da muss ich raus hier. Komm. So, und jetzt schnell ins Bett, komm. Komm. Ach ja, ich muss die Differentialsperre raus machen. So, jetzt. ich muss jetzt da durch so von dahin so leute ich lasse jetzt hier einfach mal so wie es ist und jetzt auf geht's ob das jetzt so eine gute idee war weiß ich jetzt auch nicht war ach so da kann man schlafen so jetzt kommt nochmal schön zurück hier hallo kann ich da jetzt nicht schlafen hallo ich bin auf dem rastplatz du honk aber irgendwie klappt das hier nicht so jetzt frage ich oder nicht leute ich werde nahrisch ich werde wirklich nahrisch da schaut so so und jetzt ach endlich klappt es ach man furchtbar echt ach jetzt ist eh schon egal komm dann knarzt ich nochmal so einkommen ja komm mach weiter da okay ich hab wieder geld ne so dann hole ich jetzt mal meinen plunder ah simona hat 16.000 eingenommen schön wo ist mein plunder ach dahinter okay gut ach man ja und kredit muss ich auch wieder zahlen ne das ist ja so jetzt kommt klatscht drauf und weiter geht's ach kann ich jetzt irgendwie hier wenden ach ja jetzt schaffe ich wenn er schon groß war hahaha wie das aussieht ne hahaha aber geht's das ist halt das wichtigste muss halt gehen so und jetzt haben wir 193 km gut so und jetzt ja weiter super so ich glaube wir sind jetzt in Finnland ne das ist jetzt alles Finnland ja da Helsinki ne das ist ja der Sonnengang äh Sonnenuntergang auf Finnisch ne Helsinki verstehste Helsinki hahaha sorry ich weiß das ist so ein total schwacher 90er Jahre Witz hahaha aber ich mag den hahaha so dann fahren wir mal weiter hier Richtung äh keine Ahnung wie das heißt aber ich bin auf jeden Fall dabei jetzt ne ach Leute das war jetzt ein Scheiß echt haha ich hab gedacht echt ich ich krieg einen Nervenzusammenbruch das war gar nichts aber zum Glück jetzt ist es echt nicht mehr soweit gut dass ich mich habe abschleppen lassen nach Helsinki echt aber schon komisch dass es in äh Litauen nix zum reparieren gab und in Kaliningrad auch nicht ich weiß nicht warum komisch echt haha die konnten mir nicht helfen dort ist echt dubios ne oder oder die wollten mir nicht helfen kann auch daran liegen naja egal wie dem jetzt auch sei ich bin jetzt durch repariert fit ich hab geschlafen im Tank habe ich auch noch was passt weiter geht es nicht jammern sondern klotzen heißt es hat meine Mama auch immer gesagt ach Vodka ok naja jetzt fahren wir auf jeden Fall noch die paar Kilometer runter die rodel ich jetzt noch schön hier ab und dann ist gut ja Leute wie gesagt ich möchte mir dann als nächstes ne Filiale kaufen aber ich bin jetzt echt ernsthaft am überlegen ob äh ich mir wirklich was in äh russland kaufen soll weil der Sprit dort so billig ist das ist der Wahnsinn 62 Cent wo Christen das bitte nirgends recht dass die Sache in Kaliningrad da kauf ich mir dort eine Garage das wäre toll oder da würde mich so freuen mal Nordsjös 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 Ah, Yah Heißt dich Nordsjös oder, Nordsjös Check ich, ne, ne eh, nicht So aahhhihi Yummy Mina so prinzess jetzt hast du wieder haufen geld verschluckt hier echt nein ich bin ja selber schuld ich weiß ich hätte einfach besser fahren aber ich hab das nicht gemacht das ist ja das problem war ja immer wie so ein henker am lenker echt aber es ist halt schwierig für mich weil ich habe termin druck gehabt wisse na ja jetzt immer gleich da 100 kilometer und gut ist so hier tanke ich gar nicht ich tanke doch nicht für 1,40 euro oder was in finland ist der sprit ja auch so furchtbar teuer der wahnsinn nur bischer bin ich jetzt froh 70 km dann hole ich endlich mir die Kohle ab aber ich habe schon Angst Leute 4% Frachtschaden habe ich und ja die werden mir gut was abbuchen das sage ich euch Leute die ziehen gleich mindestens 10.000 Ecken ab, die kennt ja gar nichts die sind da rigoros das sage ich euch, echt die fackeln nicht lange mit mir die sagen, ach das ist kaputt, das ist kaputt da kriegst du fast nur noch die Hälfte ja es ist nicht einfach Brummifahrer sein, jeder denkt wie schön hinterm Lenker sitzen bisschen singen beim Autoradio und Gottes und bisschen rumtrailern und ralalala nix da so shoppik tüte oder nicht schwierig zu sagen jetzt mir wünschen aber ich weiß nicht könnte klappen so jetzt habe ich jetzt weggebrezelt den Junge habe ich jetzt noch mehr Schaden gemacht ne, immer noch 4% das passt und wenn der Anhänger 1% hat das überlebe ich auch noch ach man, ich sage es euch nicht einfach nicht einfach jetzt fahre ich mal so ein bisschen auf dem Radweg guck mal was da passiert okay, es war sehr ruhig keine Radfahrer unterwegs jaja ja ist der Aufenthalt in Kottkau Ach, da habe ich hingemüsst. So, endlich bin ich da, Leute, echt. Halt, halt, halt. Was ist jetzt los? Mach das nicht. Und er rollt einfach hinten weg. So, aber jetzt, komm. Ja, ich packe den rein, komm. Ich mag den Rinne. Ja, das schaffe ich noch alleine. Bitte ist. Oh, endlich, Leute. Jetzt habe ich so Angst. So, Stunde der Wahrheit ist gekommen. Schauen wir mal, was die mir abziehen werden. Nee, oder? Boah, Leute. Leute, ich kriege einen Rappel. Echt, ich kriege einen Rappel. Echt, ich glaube, ich habe jetzt ein Herzinfarkt bekommen. Schaut mal her, ich bin jetzt umsonst gefahren. Ich bin so weit gefahren für Nid und wieder Nid. Oh, Mann. Boah, ist das ärgerlich, Leute. Das ist so ärgerlich. Und keinerlei Erfahrungspunkte. Nix, gar nichts. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Ladung einfach irgendwo in den Graben abgeworfen und wäre weitergefahren. Oh, ich bin so fertig, Leute. Oh, Mann. So, in Kotka, was gibt es denn da schönes? Ach, Christian Sand. Ah, nee, da fahre ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt keinen Bock. Jetzt brauche ich jetzt mal eine Pause. Oh, Leute, Leute, Leute. Nee, nee, nee. Das war jetzt nicht gut. Das war jetzt gar nicht gut. Nein, nein, nein. Ich muss jetzt irgendwo hin zum Knarzen. Echt? Weil so geht das nicht. Boah, was war jetzt das, Mensch? Die haben mich voll abgeledert hier. Ach ja, ich kann auch nie jemals Knarzen, Leute. Ah, ist das furchtbar. Ah, wisst ihr was? Dann gucke ich jetzt mal doch nach dem nächsten Auftrag. Weil irgendwo dort kann man bestimmt Knarzen und dann finde ich das gut. So. Ah, Mann, was machen wir jetzt? Von Kotka nach Kotka. Vielleicht gebe ich da was. Kotka Tartu. Hä? Ach. Moment, Fracht. Das brauche ich. So, von... Nee. Von Kotka? Hab... Was in Luiz war. Nee, das darf ich ja gar nicht hin, nee. Kotka, genau. Christian Sand. Nee. Zu weit. Kotka Lakti. Nee. Kotka Kofola. Kotka Kotka. Nee, Kotka Lakti. Boah. Und das hier? Nach Leipzig. Boah. Nee. Kotka Kofola. Kotka Kotka. Ja, genau. Das mache ich jetzt. Boah. Leute, ich sage euch, das ist nicht normal jetzt gewesen. Oh. Jetzt habe ich gesagt, ich mache jetzt noch mal so einen kleinen Auftrag. Ja, damit ich halt einfach irgendwo zum Pennen komme. Echt. Ah, ja, 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 ja. Weil da muss ich mir eine andere Strategie überlegen, Herr Beider. So geht das gar nicht. Echt. So, komm, fahre ich hier. Mach schneller. Ich habe da nicht einen ganzen Tag Zeit. Leute, das war jetzt nicht nur Minusgeschäft, das war unter Minus. Das war Minus, 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 Minus. Echt. Das war jetzt furchtbar, was ich mitgemacht habe. Die haben mich jetzt total abgelehnt. Ja, klar war ich zu spät, aber die können doch nicht sagen, ja, du kannst es hier kostenlos abstellen. Jetzt hau ab. Oh, Mann. Also die haben mich jetzt echt gelackmeiert. Oh nein, jetzt haben die mich doch aufgeschrieben. Und wie noch? Ja, ich habe ordentlich Strafe zahlen dürfen. Oh, ärgerlich, Leute. Aber da, glaube ich, kann man knarzen jetzt. Das ist gut. Nächster Watt, ich gehe jetzt gleich zum Knarzen. Die Bapfen, die kann ich jetzt auch getrost einlassen, echt. So. Jetzt aber. Ich kann doch hier knarzen, ne? Ja, das geht normalerweise. Bei Tanken tue ich ja nicht. Das ist mir zu teuer, natürlich. Da bin ich rigorlos, da kenne ich gar nichts. So. Einkommen. Jana hat Cash gemacht. Super, danke. Jetzt knarze ich nochmal. Ich habe keine Eile. Ich bin Chef, ich kann das machen. So, nochmal knarzen. Und gut ist, ne? 105.000, das ist schön. Ja, super. Okay, angeblich bin ich jetzt müde. Äh, nicht müde. Dann hätte ich jetzt gesagt, ich mache jetzt ein bisschen was organisatorisches. Ich kümmere mich jetzt mal so ein bisschen um meine Firma. Und meine Fahrer, was machen die? Die faule Truppe. So, hochwertige Fracht. Gut, mach sie weiter. Simone, hochwertig. Ja, mach sie weiter. ADR, mach weiter. Hochwertig. Ja, gut. ADR, super. Wir entfachten. Ach, hast du voll. Schön. Äh, dann mach mal bitte, äh, was anderes jetzt. Und zwar hochwertig. Genau. Linda, fernfachten. Ja, super. Mach weiter. Stefanie, mach weiter. Top, 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 top. So, jetzt, wenn ich sage, ich möchte, ähm, Moment, was möchte ich denn überhaupt? Garagen, Mann, aber. Ich habe ja überall nur, ach, ich habe nur kleine Garagen. Okay. Jetzt, wenn ich hergehe und sage, ich möchte aufrüsten, dann kostet mich, aha, zwei Stellplätze kosten noch 100.000 Ocken. Das geht ja eigentlich, ne? Ist jetzt ja nicht so, als wenn und ob, ne? Und wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Garage kaufen, wa? Beispiel, ich, äh, gehe jetzt runter in die, na, ist mir zu weit, äh, Warner, genau. Da kostet 180.000 Ocken. Gut. Dann muss ich halt eben zur Bank latschen. Go to the bank. Hey! Haha! 250.000 kann ich mir nehmen. Ist ja super. Wisst ihr wat? Ich bin ja nicht so. Nehme ich alles mit. Ja, ha! Da wirst du schauen, ne? Ja, 20 Prozent. Nein, danke. 18 Prozent. Ah, wat mach ich denn jetzt, Leute? Hahaha, ditje oder ditje, was mach ich denn? Eidanei. Mann! Ah, ich nehm dir dazu, ihr stückelt, ja. Klar, so, nochmal. Klatsch mit dir drauf und gut, yes. So. Jetzt hab ich Kohle, ne? Haha. Jetzt könnte ich sagen, soll ich mir jetzt ne Garage kaufen oder noch nicht? Schade, ich hab jetzt mit der Kohle gerechnet von der Fracht, aber ich hab nix bekommen. Oh, ist das ärgerlich, Mensch. Mann! Ne, wisst ihr wat? Ich kauf jetzt einfach nochmal hier ne Garage in Warner. So, ich hab jetzt gesagt jetzt, oder in Burgas? Ne, mach mal Warner. So, wenn ich jetzt hingehe. Groß, wow! Ach, da kann ich gleich aussuchen. Entweder oder, oder? Hippidi oder hopp, ne? Ist ja gut, ne? Ich glaub, die kosten überall gleich, ne? Türkei ist auch nicht billiger, ne? Nein. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber komisch, denn es überall gleicher Preis ist. Verstehe ich nicht. In Rusche auch will Pleven, ja? Auch das gleiche Luftdiff. Überall. Gleich, 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 gleich. Komisch. Na ja, gut. Wenn ich jetzt hergehe und sage, in Burgas, nehm ich so ne kleine Garage erstmal. Ne, Warner, warte, Entschuldigung. Warner, Kofik, ne? Und dann hätte ich noch über 100.000, dann könnte ich gleich sogar ein LKW kaufen und sogar einen, äh, ja, einen Handlanger einstellen. So. Willst du die Garage kaufen? Ja, klar. Danke für deinen Einkauf. Du findest deine neue Garage in Garagenmanaga. Super. So, die gehört jetzt mir. Jetzt ist es natürlich so. Ich, äh, bruche jetzt erstmal einen Fahrer. Äh, ich gehe jetzt mal zur Arbeitsagentur, ne? Und dann hole ich mir einen. So. Wo sind wir jetzt halt hier in Wagner, ne? Fahrer einstellen. Ja, wenn haben wir einen Milos, hätten wir da. Mark, Hubert, Isabella, hey, die schaut ja nicht aus. Gut, nehm ich. Die setze ich rein, die setze ich rein in Wagner. Setz dich da bitte hinne, ja? Und welches, ne? Gut. Jetzt hätte ich noch 174.000. Das ist gut. Weil, dann gehe ich mir noch einen LKW kaufen. Haha. So. Haha. 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 So. Wo? Wer ist jetzt der? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass die schon ein bisschen was verlangen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, la, 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 la. 116 ist natürlich schon für einen Anfang für mich kleinen Unternehmer viel, ne? Deswegen habe ich ja... Was kostet denn nicht der Renault? Weiß ich jetzt gar nicht. 108. Der ist auch nicht viel billiger als ein Benz. Ja, Wahnsinn. Okay. Ich glaube, mit Mann war ich am besten unterwegs, ne? Die waren so schön günstig. Hallo? Hallo? Hahaha. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, ja, hier nach Vereinigte Königreiche. Online-Kufen. Genau. Ah, das ist meine Tarifautonomie. Äh, äh, schmarrn meinen Tarif, ne? Die Ausführung ändern. Ja, äh, das mit der Farbe habe ich nicht so. Benutzer definiert. Ja, wir sind eine Flotte, also gibt es eine Flottenfarbe. Hahaha. Ja, so nehme ich das. Aufpreisen 1000er, äh, 2000. Naja, schon viel, ne? Aber, ja gut. Ist halt so. Also machen wir das. Kofik, ja. Äh, ja, schickt die mir bitte. Ach nee, Moment, Moment. Ich muss ja noch Ausführungen ändern. Hoppala, hoppala. Und zwar, ich brauche, äh, das, äh, ja. Wie soll ich sagen, das? Das mittel, äh, europäische Modell. Und zwar... Ja, genau. So rum wollte ich das haben. Und jetzt kofik das. Und schickt mir das runter, nach Warner. So, da ist er schon, ich glaube, Isabel heiße, ne? Sie wartet da schon drauf. Vielen Dank für den Einkauf. Wir werden Ihren neuen LKW umgehen, zu Ihrer Garage, äh, in Warner überführen. Ja, super, danke. So, jetzt ist es so. Ich, äh, dümpel immer noch da in, äh, Warner, ne? Äh, Warner, in Kottka. Also in Finnland. Ja, was habe ich denn jetzt, äh? Kiele, was denn los hier? Ja, und ich habe jetzt gesagt, ich will jetzt unbedingt nach Bulgarien. Also, was mache ich jetzt? Ich gucke jetzt mal, was für Aufträge es gibt dort. So, Auftragsangebot, Frachtmarkt. Und zwar, bitte sag mir, was unten los ist. Äh, hä? Frachtmarkt, hallo? Achso, das geht jetzt gar nicht. Das ist jetzt natürlich schon komisch. Ah, ja, ich muss das schon mal bereist haben. Ah, okay, gut, gut. In Bratislava gibt es gar nicht. Salzburg ohne München gibt es was. Ja, das geht. Naja. Was gebe ich denn Kottka? Preis, Strecken, Einheit, ne? Kalmar. Aber Kottka, Kofola. Die zahlen halt am besten, ne? Ja, das nehme ich mal als nächstes. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, Gutjes, ne? Für heute. Jetzt habe ich firmentechnisch schon ein bisschen was gedeichselt, ne? Fahrrad, die habe ich jetzt gemannackt. Auflieger, mannacker. Ich könnte am höchsten zum Beispiel schauen, ob ich da was kaufen kann. Das ist jetzt für Flachholzboden. Containertransport, okay. Rungenauflieger, ne? Lebensmitteltank, okay, ne? Moment, was kostet der hier? Ach, das geht sogar. Das ist ja doch dieser Kuchtansieder, ne? Und Tandemanhänger. Das ist ja billiger. Ich habe ja so viel bezahlt für den, Mensch. Das glaubt ihr mir nicht. Ah, ist noch gesperrt. Okay, gut. Krockenkoffer oder sowas. Äh, Frachtkoffer. So, jetzt haben wir das. Gekühlt? Boah, der ist teuer, hä. Seitentür. Ja, das klingt cool, ne? Aber ich möchte ja lieber diesen Kuchtansieder, den doppelten hier, ne? Und Tandemanhänger. Ja. Wisst ihr was? Den Kofik jetzt. Aber ich möchte Ausführungen erstmal ändern. Und zwar gefällt mir die Lackierung nicht. Ah, 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 ah. So. Ah, 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 ah. Genau, so muss das sein. Das ist meine Firma. Ja. Das ist schön. So mag ich das. Genau, so wird das gekauft hier. Ja, jetzt geht gleich das ganze Geld hoch und dann ist gut, ne? Ach ja, der will, dass ich das irgendwo hinstelle. Ja, aber wo? Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Deutschland, Niederlande. Ach so. Woanders geht das gar nicht. In Varna geht das gar nicht, okay. Hm. Ja, was mag ich denn jetzt? In Schweden geht auch, ne? Wisst ihr was? Ich glaube, den schicke ich jetzt einfach mal nach Deutschland. Der Kuchtansieder. Kombi und Auflieger. Wirklich für 71.000 Kufen und Niederlage. Ja, bitte unbedingt. Danke. Aha, okay. Alles klar. So, dann mag ich das mal zu. Ja. Auflieger, Managa. Aha. Ja, genau, das ist er. Jetzt momentan steht er halt noch ein bisschen leer. Aha. In, äh, in einem Berg. Da ist der Simone, ne? Unterwegs. Okay, super. Okay. Okay. Ja, gut ist. Ne, das passt. Schön. Ja, Leute. Dann sind wir eigentlich jetzt auch schon am Ende angekommen. Ich hätte gesagt, jetzt machen wir einfach mal einen Cut, weil ich mag jetzt nicht mehr. Ja, Leute. Wenn das Video euch gefallen hat, dann würde ich euch ganz lieb bitten, mich zu abonnieren und Glöckchen drücken. Bitte nicht vergessen. Dann werdet ihr immer schon mit Nachrichten, sobald ich wieder was Neues für euch hochgeladen habe. Ja. Ich schaue natürlich als nächstes, dass ich wieder weg aus, äh, aus, äh, Finnland komme, weil, kalt oben, ne? Und, ja, dass ich wieder ein bisschen zu Geld komme, weil das war jetzt, ach, katastrophal. Leute, über 2200 Kilometer bin ich gefahren für nix, gar nix, versteht ihr das? Sogar auf Spritkosten komplett hängen geblieben. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, nee, das gefällt mir gar nicht. Echt nicht. Also, das macht man normal nicht. Aber, ich werde das hoffentlich verkraften, ja. Also, Leute, würde ich sagen, als nächstes, wir kommen wieder weg von Finnland, wohin weiß ich noch nicht. Aber, warte, lassen wir uns überraschen, irgendwo findet man was. Ja, dann bleibt anständig und vor allem sauber. Das heißt auch, bitte die Achselhüllen waschen, ja. Gut, danke. Also, dann bis bald, ja. Tschö, papa.